Hallo, ich bin Hannes, ich arbeite bei Gigasport in der Bergsportabteilung und möchte euch heute etwas über Schneeschnurhe erzählen. Einerseits haben wir hier einen etwas alpineren Schneeschuh, der aus Kunststoff besteht, mit einer leichten Schnürungsbindung, die aber auch schnell zu öffnen ist. Bei diesem alpineren Gebiet Schneeschuh habe ich auf der Seite auch eine Schiene, mit der ich ein gutes Abrutschen bei einem Schnee verhindern kann, aufgrund dessen, dass das sich eingräbt und ich dadurch nicht zurückrutschen kann. Was wir auch haben, ist ein Alu-Schneeschuh, der hat eine etwas flexiblere, weichere Bindung, mit dem ich auch gut den Fuß an das Gelände anpassen kann. Was auch bei jedem Schneeschuh dabei ist, ist eine Aufstiegshilfe, dass ich mir leichter bei einem Bergaufgang und da mit diesem Schneeschuh kann ich auch Pulverschnee und weicheren Schnee gut ausgleichen und da leichter vorankommen. Dieser Schneeschuh ist für ein noch eisigeres Gebiet, aufgrund der gezackten und schärferen Kanten und bei diesem Schneeschuh gibt es auch eine Bohrbindung, die sehr einfaches Einsteigen und Verschließen ermöglichen, damit man schnell und flexibel vorankommt. Wichtig bei gerade alpinen Schneeschuh-Touren ist es auch eine richtige Lawinenausrüstung dabei zu haben, wie zum Beispiel einen Airbag-Rucksack, damit ich gut geschützt bin und ein Set mit einem LVS-Gerät, einer Sonde und einer Schaufel, damit ich auch im alpinen Gelände sicher unterwegs bin. Ein Must-Have für jede Schneeschuh-Tour sind die richtigen Stöcke. Bei den richtigen Stöcken sind große Teller verbaut, damit man auch wirklich in den Schnee nicht einsinken kann. Höhenverstellbar ist wichtig, damit ich wirklich für jede Größe die richtige Höhe habe, um eine spaßige Schneetour zu gehen können. Wir haben von all den Schneeschuh-Touren auch verschiedene Marken, von Compatel über Tabs bis hin zu DSL, damit auch wirklich für jeden das Richtige dabei ist.